Ich habe hier was im Internet gefunden aus der 80er ACID RANCE. Wer kennt das nicht? Da musste ich mir jetzt mal gleich eine andere Maske aufsetzen. Hier so ein Byway String-Tanker von früher. Wow, geil. Das bringt mich gleich wieder zurück auf ein Niveau in den 80er Jahren. Allein schon der Geruch. Von dem Schlimmer hier. Den habe ich nämlich damals mal mitgenommen. Ich war schon ein bisschen angeranzt hier vorne. Der lag jetzt eine ganze Zeit bei mir im Schrank, wo ich das jetzt hier mit dem Video gefunden habe. Es ist ACID RANCE von 1980. Ja, das erregt mich natürlich schon. Sehr. Ja, ich weiß nicht. Man findet ja alles im Internet. Auch so eine Schlipper hier. Aber den habe ich damals mal erkannt. Was ist das hier? New Order Confusion. Da geht er ab. Vielleicht kennt Montana Black das auch? Ne, das ist nicht der Schlipper von Montana Black hier. Ne, ne. Keine Ahnung. Das ist hier von meiner gelangweiligten Freundin. Die hat sowieso keinen Bock auf waschen. Ne. Oh, ist das frisch. Frisch nach frisch. Du hast an der Kiste gibt es sowieso immer frischen Fisch. Ne, da brauchst du auch nicht extra hier sonst Trink-Tanker, die auf den Kopf setzen. Ich weiß nicht, ob Bronzen sowas auch kennt. Der ist ja auch schon ein bisschen ältere Generation. Ich glaube, ich baue ja 75 müsste da auch sein, wenn nicht sogar ein bisschen älter. Weiß ich nicht. Bronzen, wenn du das siehst, kannst du ja gleich mal dein Statement dazu geben. Ich mache hier auch nicht lange. Das sind auch bloß zwei, drei Minuten. Ich habe keine Lust, hier das so eine Länge zu ziehen. Also, wie gesagt, Bronzen. Kennst du das mit diesen sauren Acid Trends? Ne. Wir machen jetzt mal nur drei Minuten da drauf. Das reicht vollkommen aus. Ja, ansonsten, ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt hochgeladen kriege. Ne. Kann ja sein, dass uns da eine Urheberrechtsverletzung gleich mit am Arsch hat wieder. Gucken wir mal. Erstmal, dass hier jetzt wieder kurz mal ein Cut. Oh, alter Falter. Ich filme das noch ein bisschen an und laden nebenbei nochmal das Video hoch hier. Ich habe heute noch andere Sachen zu tun. Ne, es kann nicht sein, dass wir hier den ganzen Tag wieder ein Problem auf Fahrrad fahren und mich erstmal anziehen.